hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft wir wo ist die sanne da oben sehr schön ja einiges ist passiert unter anderem diese drecksviecher leben ab sofort hier auch im feld lustigerweise guck mich sogar an ja stimmt einräumen wir wollten einräumen wir haben viel zu tun wegen der mine unten wegen dem schacht der schacht konrad nein der ist nicht der ist hier nicht der kommt da hinten noch hin so glas und sand wobei glas wenn wir später noch brauchen deswegen schmelze ich da sicherlich noch was ein gehst und da hinten sand haben wir auch hier cool ich habe mir eine neue festplatte gekauft die ist auch hier ist auch bereit eine schöne neue große festplatte ein terabyte eine zweite masse sozusagen und die wird benutzt um später große let's plays aufzunehmen skyrim massiv let's plays also die die richtig großen eventuell sogar als solch ein archiv kreis und gold schmelzen noch nicht ein die eier bewahre ich mal auf naja und die festplatte die steht hier gerade ist auch an und ist schön formatiert auf ntfs schon cool so eine riesen festplatte hat was jetzt habe ich schon kohle eingepackt dabei brauche ich das noch dann nehme ich die vier frischen so holz brot lasse ich mal hier weil ich brauche das lasse ich drüben brot brauche ich ja hier nicht ich müsste auch eine lebensmitteltrohe dort im bauernhaus einbauen wäre vielleicht eine überlegung wert ich höre die musik nicht mehr ich höre ein geräusch dieses geräusch war nicht gut nein oh nein 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 still und stumm wanderte er quer durch das gebiet was man pandora nennt und schaute auf sein feld betrübt denn es ist noch nicht gewachsen zumindest teilweise nicht komplett daher kann es noch nicht abeenden und am hintergrund im horizont neigt sich der sonne die sonne langsam ginnboden wo sie dann versinkt und die welt dann in tiefer tiefster tiefster schauriger dunkelheit versinken lässt der einsame mann guckte in sein haus ging hinein und schaute aus dem fenster raus unser ein schwein ähm ja und überhaupt das wird schon so sein dachte er sich so viel stein was kann es nur sein diesen stein hier so viel ne den weg gehe ich nicht mehr zurück ich will am helllichten tage laufen halb tot musik hier ne fröhlichkeit neuer tag bricht an die sonne ist wieder da hey willkommen follow the light man so dumm 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 la 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 hui hui so jetzt laufen wir mal ein bisschen bei dieser episch coolen musik und hallo musik ist weg ja den gehen wir halt in beschaulicher stimmung nach drüben ey wir haben bald weihnachten oh weihnachten wird toll dann werde ich so viele dann werde ich hier weihnachtslieder machen das wird cool die weihnachtslieder machen wir haben übrigens part 160 wir neigen uns ey schaffen wir die 200 bei weihnachten ey das wird das wird porno das wird richtig cool oh ich krieg hunger ja ich muss gleich was essen also wenn ich die folgen raus hole dann werde ich was essen und minecraft wird sich verschieben wir haben 23.11 heute hat mein vater Geburtstag herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag gratulation von mir an meinen vater ich brauche Eisen da habe ich Eisen naja und auf jeden Fall wird es hier dann auf jeden Fall winterlicher ich werde ein Weihnachtstexturenpaket nehmen ich hoffe das wird dann funktionieren und dann da kommt das rein was für ein Penner der kennt sich nicht mal bei seiner eigenen Welt aus ok einen nehme ich mit ich habe so Krümmer auf meiner oder wo kommt das her alter wo kommt das her also meine Hand fühlt sich irgendwie so komisch an also meine ah ich habe mich da gestoßen irgendwie heute deswegen kennt ihr das ihr nehmt Papier in die Hand und das reibt einfach oder das schneidet euch tief ins Fleisch hinein das ist mir heute passiert ich habe nicht mal das Papier gestriffen ich habe einfach nur meinen kleinen Finger da reingedrückt ey und das war weich wie Butter ey ich dachte schon ey also irgendwann verblut ich oh du armes Tuk Tuk einen brauche ich ich brauche mehr Eisen so ähm ich kann das ja hier schon mal fertig machen ich werde das so oder so später nochmal das Eisenschwert das will ich auch nicht haben das können wir zu Werkzeugen hin ja was war das denn habt ihr es gesehen da war irgendwie so ein Bug lalalam lammkotelett lalalalalala ich fresse nur lammkotelett der Bogen der kommt hier rein so ich fresse nur lammkotelett toll 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 ähm Eimer ja ich nehme die Eimer mit falls wir Lava finden können wir es mitnehmen dum 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 so keine Eisen Axt brauchen wir im Moment noch nicht wir haben noch eine frische am Start und ansonsten nehme ich das so mit ähm ach ne das mache ich später erstmal heben wir was aus lalalalalala die Karte oben rechts die Karte oben rechts ist übrigens sehr geil man kann ich dann kann ich sehen wo weit ich denn bin und da ich ungefähr auf welche Höhe will ich denn diesen Turm tunne bauen ja diese Greiben machen überhaupt nichts also da das wird kein Problem sein der muss ich so in dieser Höhe bauen ja das heißt ich gehe jetzt einfach mal hier so geradeaus nehme mir einfach diesen hier blam 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 lalalala lalala 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 ich hasse ich hasse Kühe ich liebe Schafe alter es geht doch mal da rauf Junge ich finde es übrigens lustig wie die Leute mich abonieren und dann deabonnieren das muss ich jetzt mal ansprechen ich habe permanent ungelogen ähm 88 Abonnenten das werden dann 89 dann wieder 88 dann wieder 89 dann wieder 88 dann wieder 89 die 90 knacke ich nie also auch die 100 100 Abonnenten Marke die werde ich nie erreichen das könnt ihr euch das könnt ihr euch äh was könnt ihr euch das könnt ihr vergessen so wo ist Trilliskan stimmt äh ne nicht M Y Trilliskan oh ich bin zu weit okay so die Markierung von Trilliskan ist ungefähr hier das heißt hier wird ungefähr der das heißt ich muss hier sich das auf der Karte scheiße ich sehe es nicht auf der Karte kacke aber warte ich weiß was man auf der Karte sieht Erde ich glaube das lasse ich lieber ich mache mal folgendes ich setze einfach einen Wegpunkt das ist doch einfacher oder so Trilliskan ist da Norden ist da das heißt so diese schön ausrichten ungefähr in dieser Höhe wird dann der Punkt sein dann werde ich einfach jetzt adden ähm waypoint 1 ach quatsch ich mache mal Eckpunkt Eckpunkt U-Bahn Eckpunkt U-Bahn Eckpunkt U-Bahn 1 ne nicht 1 so add jetzt kriege ich dann die Farbe blau oder sonst einfach schwarz achso dass man das sieht also rot ich mache pink pink ist toll so der heißt jetzt Eckpunkt U-Bahn so das heißt wenn ich jetzt ähm unterirdisch grabe dann kann ich sehen und ich bin jetzt tief unten stellt euch vor und ich bin dann hier okay ab hier muss ich nach rechts ey guck mal riesiger Kran alter das sieht jetzt geil aus hihihi das musste sein gut dann können wir jetzt wieder zurück nach Trilliskan ich brauche ja nur in die Richtung laufen und dann gehen wir nach unten wieder Steine kloppen Mund Lalalala wir haben noch ein bisschen auf der Uhr ich hab ja mal so eine kleine Stop Juhr laufen habt ihr ab und zu mal gehört beim LPT oder sogar beim LP wie ich die einfach mal gedrückt habe da 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 hey gute stimmung ich bin glaube ich zu weit gelaufen wieder nach egal So Es geht abwärts Ich könnte auch den Tunnel erstmal machen Ich glaube ich mache erstmal den Tunnel hier Den Tunnel mache ich erst jetzt Damit ich was machen kann So Ja die öffnen wieder alle Türen Erstmal den Sand wegschieben So sie wird auch viel Goppelstein brauchen Eventuell müssen wir dann auch noch Zur Haushaltsmine Nein Okay noch gerettet So viel habe ich natürlich nicht an Stein Deswegen muss ich wahrscheinlich noch unterwegs irgendwo Steine kloppen gehen Ja ich denke auch an diese Glasfassaden die ich machen will Die übrigens hier dann sein werden Das heißt Ja das muss ich ausheben Das muss ich abmessen Was ist mit meiner Maus los? Hallo Die verhakt sich gerade Moment Die ist gut die Maus Ich habe sie gerade frisch gekauft Irgendwann stimmt auch nicht mit dem Laser Warte mal Ah ich bin Oh voll in den Laser geguckt Du bist gut So jetzt muss es wieder gehen Oder hat sich da aus irgendwelchen Gründen Auf einmal die Die Stärke von dem Laser Verschlechtert Können wir Komfort stellen Da 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 La 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 Da la 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 Na was echt so Es ist so ein Phänomen Das ich keine 100 Abonnenten kriege Die Leute abonnieren mich Finden mich anfangs cool Und dann sind sie meine restlichen Parts Und ach du Scheiße Wen habe ich dann noch abonniert Schnell auf die Abo klicken Das ist richtig so Achso ich wollte Ja genau ich wollte das hier machen Warte mal Dann nehme ich die Erde mal mit Ja so kriege ich vielleicht auch Ne die wird ja eh wieder verwandelt La 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 Ich werde gleich auf den Boden ausschlagen Jetzt aber noch nicht Das ist nur so ein Zwischenpoint Ich habe euch gezeigt Wie ich das vorhabe Achso von unten wollte ich mich Dann wieder hochgraben So war das nachher Genau Gut wir sind unten Das heißt den ganzen Weg Wieder nach oben Die Lampen müssen ab Ich will jetzt mal folgenden Trick machen Aber den habe ich leider Ne Fassbild habe ich nicht drauf Ne leider nicht Schade Sonst 5 Blöcke auf einmal Das wäre geil Yeah Rekki Bin ich oben? Ja So ich bin oben Jetzt muss ich nur noch irgendwie Auf die andere Seite kommen Ja das wird Das dauert ein bisschen Aber ihr wollt es schön haben Ich auch übrigens Deswegen mache ich das einfach Ja was gibt es heute noch sozusagen Äh Ganz normal halt Ich habe gerade eben den Livestream von Gronkh und Sarra geguckt Guckt ihr den auch? Ich muss zugeben Ich gucke hier nicht immer Ich habe auch nicht immer die Zeit dafür Freitag 20 Uhr Äh 18 Uhr Au Da bin ich nicht immer Bereit irgendwas aufzunehmen Äh hier Ich sag mal Zu schauen Aufnehmen will ich immer Heute ist der 23.11 Uhr Und mein Minecraft LP Muss Geplant Ungeplant Verschoben werden Aber ich habe ja gesagt Änderungen An der Liste Sind vorbehalten Wieso war es ja Eine Uploadliste Auf meinem Blog Könnt ihr ja immer wieder sehen Den Link findet ihr auf meinem Kanal Ähm Oh scheiße Wie ihr Die nächsten Part sehen könnt Schaut einfach Am besten nach Morgen Äh oder wann der nächste Part rauskommt Nämlich gleich jetzt Ähm Ich sage vielen Dank fürs Zusehen Das war die nächste Das war die Folge 160 von LP Singleplayer Minecraft Ich danke fürs Zusehen Und Tschüssi Bock Bock Wie soll ich hier ein Huhn Sind wir an der Oberfläche? Ja Sind wir Sehr schön